Zentrum für medizinische Primärversorgung – Behandlungszimmer Bei einem 40-jährigen Patienten wurde eine Infektion der oberen Atemwege diagnostiziert. Er wird von seinem Hausarzt zum Behandlungszimmer geschickt, um ein Antibiotikum in Form einer Muskelspritze zu erhalten. Der Patient klopft an die Tür, tritt ein und sagt. Guten Morgen, ich heiße Johann Münzel und wurde von meinem Arzt herher geschickt, um eine Ampicillin-Injektion zu bekommen. Guten Morgen, ich bin Schwester Magdalena Lewandowska. Bitte lassen Sie mich die Anordnung des Arztes sehen und nehmen Sie auf dem Stuhl neben meinem Schreibtisch Platz. Der Patient setzt sich und gibt der Gesundheits- und Krankenpflegerin die Überweisung. Sie liest die Information und gibt die Patientendaten in das medizinische Dokumentationssystem auf ihrem Computer ein. Gemäß der Anordnung des Arztes erhalten Sie zweimal täglich alle zwölf Stunden 500 Milligramm Ampicillin für fünf Tage. Es tut mir leid, aber ich habe die Häufigkeit der Verabreichung nicht ganz verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? Natürlich, Sie erhalten fünf Tage lang alle zwölf Stunden zweimal täglich eine Injektion. Im Moment ist es 8 Uhr morgens, also sollte die nächste Gabe heute um 20 Uhr erfolgen. Ah. Warten Sie bitte einen Moment. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin überprüft den Namen und die Dosis des Arzneimittels, das Verfallsdatum, die Qualitätsmerkmale und spricht dann mit dem Patienten. Ich habe Ihre Medikamente überprüft und alles ist in Ordnung. Stimmen Sie zu, das Arzneimittel in der von Ihrem Arzt verordneten Dosis zu erhalten? Ja, ich bin damit einverstanden. Sind Sie allergisch gegen Medikamente? Haben Sie jemals Ampicillin erhalten? Nein, ich bin nicht allergisch gegen Medikamente. Ich habe Ampicillin vor fünf Jahren erhalten und hatte keine Nebenwirkungen. Okay, ich werde mir das notieren. Jetzt werde ich die Medizin vorbereiten. Könnten Sie sich bitte bequem auf die Liege legen und Ihre Hose etwas nach unten ziehen, damit ich die Spritze geben kann? Die Gesundheits- und Krankenpflegerin wäscht sich die Hände und bereitet das notwendige Hilfsmaterial vor. Die Handschuhe, das Arzneimittel, die sterile Gase, die Lösung zur Hautdesinfektion, die Durchstechflasche mit 0,9% NaCl, Natriumchlorid zum Verdünnen des Arzneimittels, eine Einmalspritze und Einwegnadeln zum Verabreichen der Medizin und einen Behälter für infizierte Injektionsnadeln. Anschließend zieht die Gesundheits- und Krankenpflegerin ihre Handschuhe an und bereitet das in 5 ml isotonischer Salzlösung verdünnte Arzneimittel in der entsprechenden Spritze gemäß den aseptischen Regeln zu. Inzwischen macht der Patient sein Gesäß frei und legt sich in Bauchlage auf die Liege. Die Injektion ist jetzt fertig. Bitte drücken Sie die Gase fest auf die Einstichstelle, damit das Arzneimittel absorbiert wird und die Haut sich schließt und nicht blutet. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin entsorgt das benutzte Material und trennt es in normalen und biologisch gefährlichen Abfall. Sie zieht ihre Handschuhe aus und wäscht sich die Hände. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin dokumentiert, dass sie eine Injektion verabreicht hat und dann spricht sie mit dem Patienten. Wie fühlen Sie sich? Ist alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Vielen Dank. Ich habe fast gar nichts gefühlt. Dann können Sie sich aufsetzen und anziehen. Wenn Sie sich nicht wohlfühlen oder Nebenwirkungen wie Ausschlag oder Durchfall feststellen, kommen Sie bitte in die Klinik zurück oder wenden Sie sich an den nächstgelegenen Arzt. Wenn alles in Ordnung ist, sehe ich Sie um 20 Uhr. Der Patient zieht seine Hose an und steht auf. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.